Ok, jetzt also mit dem Böck in der Getschung, der Tretlagerschlitten ist gut, aber die Kurbellänge ist zu groß. Da sind 150er Kurbel drauf, aber wie da 140, ich schlage mit dem Mist fliegen, um gegen den so schon größeren Wuppeln. Das ist ein Ausbilder. Das ist ein Ausbilder, das ist ein Ausbilder. Das ist ein Ausbilder. Das ist alles wieder mit ihm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020